Somit willkommen, Freunde, zum fünften Teil. Gucken, was es in diesem Level hier wieder für Spannereien gibt. Also, ich feiere ja immer noch die Angabe, wie man hier laufen muss. Das ist echt mega genial. Jawohl. Der mit dem Bogen ist noch mal ziemlich mutig, muss ich sagen. Das richtig verstehe, müssen wir es so lange überleben, ja? Ah, krass. Den packen wir auf. Na, die waren zu weit weg. Das war vom Timing her nicht gut. Oha, sehr gut. Ist die Energie jetzt voll auf, Clan? Ja. Gehen wir jetzt mal zum Schwimmland. Wir zwingen ja den ersten Varghul-Anführer. Oh. Oh. Hier ein bisschen aufpassen Erstmal Energiepunkt sammeln Ja, sehr gut Okay, wir haben es geschafft, obwohl er sich immer so ein bisschen aus dem Staub macht Hier ist noch was zum Einsammeln Da lassen wir doch nichts liegen Die Richtung bezwinge den letzten Varghul Anführer Das ist schon ein paar Mal Die Richtung ist ein paar Mal Das ist schon ein paar Mal Er lebt ja immer noch, ey, das gibt's noch nicht. So, sehr gut. Was haben wir hier Schönes? Ah, nochmal eine Kugel. Gibt's hier irgendwo noch ein Gefäß, dass wir zerstören können, damit wir dann, sagen wir mal, die Kiste hier aufmachen können. Nochmal ein Geisterblick. Ah, da ist auch eine. Ich hoffe, das reicht. Ne, muss noch mehr sein. Von hier mal gucken, ob da noch mehr ist. Ob wir hier einen besseren Überblick haben. Ne, wir gehen nochmal einen höher. Man kann nicht sagen, dass hier irgendwie irgendwas neu ist, was man abschließen kann, um die Kiste zu öffnen. Oh Gott. Diese Bogenschütze, die haben zwar nicht viel Kraft, aber wenn die treffen, ist nervig. Dann haben wir nochmal ein bisschen special move hier. Das ist genau so, äh, diese Druiden, diese Magier hier. Genauso nervig. So, Energie ist wieder voll. Sehr schön. Ja, nichts liegen lassen. Alle schön einsammeln. So, bezwinge Dissimus. Okay, der muss in dieser Richtung hier sein. Die anderen waren schon nicht leicht, aber... Oh, ha, ha. Ja, bisschen was. Au, ha. Ich los. Ich los. Ich los. Alles. Neben. Was ist das? Und den machen wir platt. Das ist die Frage, ob wir... Ich glaube wir müssen hier hoch. Ich wollte ja erst halt ins Gebäude rein. Ah, hier ist richtig. Was ist das? Okay, jetzt müssen wir hier lang. Ja, gleich ist Ruhe. Ja. Man kann hier schnell für Ordnung sorgen. So, um zum Sanktum zurückzuhören und deine Reise fortzusetzen, drücke Escape. Machen wir das doch mal. Mission abschließen. Also wir haben die Mission abgeschlossen. Wenn ich das so sehe. Ah, alles klar. Ja, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir aber auch noch nicht. Stufe 10, Stufe 9. Na, wir gehen mal da hin. Boah. Der Typ scheint echt ein bisschen heftig zu sein. Ich muss mal wieder einen bezwingen hier. Alles so in diese gepanzerten hier. Die haben eine Knarre, aber... Die halten nicht so viel aus. Das ist das Gute. Ja, wo gehobigt wird. Und fallen auch Späne. Kommt mir so bekannt vor. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Stufe 13, sehr gut Guck mal, was haben wir denn noch schönes Fertig-Karten können wir noch aufrüsten, 5 Punkte sogar Sehr gut Erstmal alle versorgt Jetzt muss man nur geradeaus laufen Flitzt aber auch wieder, sag ich mal Unglaublich schnell 70 Meter, okay, da lang Warte mal, dann machen wir hier nochmal Forum platt So, noch ein bisschen was sammeln Vermutlich mal müssen wir rechts lang dann irgendwo Wahrscheinlich hier lang Ja Ja, jetzt ist ja Ist ja gut Prima 31 Meter 29 in die Richtung Na Geht das jetzt nicht, bin ich bescheuert Das ging doch eben Ah, hier ist noch ein Secret Um, hier ist die Richtung Eine ops randomized Work Die Galiererk Dat 95 meter und mal opfer hier lang müssen 77 jahre das sieht gut aus so das haben wir auch gemacht mission abschließen so die ist auch abgeschlossen hier können wir auch nix wir können hier können wir noch rüber die waren immer mieser die typen und die sie muss sollte ich ja auch erledigen stand er ja wer weiß wie oft auf den rumknüppeln müssen deswegen geht die ziehen muss und jetzt schon begeistert wir laufen erst mal weg weil wir wollen direkt zu ihm weiter weg nur für so ein typen hier jetzt runter holen wir doch mal den fahrstuhl und die ziehen muss ist unten im keller ja 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 Irgendwie bekannt vor So, und da ist die ziehen muss Das war ein schnelles Ende So, ich kann nur wo du gehen Tausendmal gestorben, aber egal Okay, ich kann jetzt Manchmal kann man die nicht bezwingen Aber nicht schlagen Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so Keine Chance Ich weiß nicht, ob das Okay, ich weiß nicht, ob das Okay, ich weiß nicht, ob das Wenn du den Endboss platt gemacht hast Wie schnell denn seine Gehilfen irgendwie verschwinden So, Bonus wollen wir aber nicht machen Das haben wir jetzt getan Nutze das Endziegel, um dich Zamora zu stellen Sprich mit dem siebten Sanktung Malzahn, malzahn malzahn, malzahn malzahn Der Ort scheint dir zu sein. Es ist besser als ein Vorghal prison camp. Entschuldigung, Xenon. Das ist alles, was ich habe. Mein Freund, du verstehst du. Das ist das größte Luxury, das ich seit der Krieg begonnen habe. Ich habe nur das Gefühl, dass ich dir nicht helfen konnte, als du mit deinem Bruder warst. Es war es zu sein. Makros und ich haben ein Besten. Wir müssen es zusammenfassen. In der Ende, es wird nur ihn und ich. Komisch, warum diese weibliche Stimme da ist. Das kann ja jetzt was werden. Gucken wir, ob wir es schaffen. Zamora! Alter Falter, ey. Wollen wir das schaffen? Oh, der ist doch so. Tatsache. Oh! 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 Tatsache. Oh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Stufe 10, okay Auf jeden Fall besser glaube ich so Schauen wir mal ob es jetzt besser klappt Schauen wir mal ob es jetzt besser geht 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 Oh, come on. Mann, der ist aber hartnäckig. Das gibt's doch gar nicht. Los, komm. Ah, ist zu schaffen. Ah, komm. Komm, direktes Duell. Ah, übler Typ, echt. Los, komm. Yo, wir haben ihn. Alter, war das ein Kampf, ey. Boah, heftig, heftig. Na, sonst noch hier was? Ne, ne? Der Boss ist besiegt. Wie geil. Alter, ich war auch ziemlich sprachlos, weil es so anstrengend war in dem Spiel. Das ist gut, Oren. Zamora war ein von einem größten Lieutenant. Er weiß, dass du ihn jetzt kommt. Es ist egal, ob er weiß, dass ich zurück bin oder nicht. Keine Ahnung wird mir verhung. Get ready, Oren. Things are about to get a lot harder for you. Good. Strength is forged in adversity. Spoken like a true warrior. You will get stronger each time you defeat one of Makros' elite warriors. Plus, they all carry items imbued with your brother's power that we can use. You godsmiths work some strange magic. We are dedicated to our craft. So, sprich mit dem Sanctum. Das machen wir doch nochmal. Will there be a problem? No. It is time to enter the water realm. It is time to enter the water realm. So, Freunde. Ich würde sagen, wir machen aber an dieser Stelle Schluss. Abonniert den Kanal. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Kommentare nicht vergessen. Ich hoffe, ihr habt das Game auch genossen. Genauso wie ich. Geht ja noch weiter. Wir sind ja jetzt noch nicht am Ende. Aber lasst euch überraschen, was da noch alles so auf euch zukommt. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin.